Vieles Neues diese Woche in den Webcharts. Mutter! Da muss ich auch an meine denken, von daher lieber Gruß. Aber Mutter ist ja wohl das langsamste Stück aus Rammsteins gleichnamigen Album. Mich erinnert es ja ein bisschen an Seemann, ein Lied von einer Live aus Berlin-DVD. Übrigens ein Ding, was ihr euch definitiv mal anschauen solltet. Klassischer am Ende, Flake in so einem Schlauchboot, lässt sich über das ganze Publikum ertragen. Und was man auf der DVD natürlich nicht sieht, ist, dass es mal ein Konzert gegeben hat, wo er sich fast das Genick gebrochen hat. Nämlich hat er zurückgegangen mit dem Boot, ist er dann irgendwie runtergefahren mit dem Rücken auf diese Absperrgitter. Aber das soll der Flake dann mal selbst erzählen, wenn wir den wieder hier zu Gast haben. Jedenfalls, die DVD selbst, die könnt ihr auch auf www.herzeleit.com bestellen. Und da gibt es auch ein neues 160 Seitenbuch über die Band, sowie das Tribute 2 Album mit diversen Interpreten. Aber jetzt kommt erstmal das Original, Rammstein, eure neue Nummer 5. Bitteschön.